Häuptlinge, wir, unsere Eltern, planen eine große Hochzeit und meine Verlobte und ich wollen nur eine kleine Zeremonie. Ganz genau, wir sind glücklich, einfach nur zusammen zu sein und diese fremdländischen Zeremonie ist einfach zu viel. Ja, gut, hatten wir schon, glaub ich. Äh, Aurora? Hey, wo willst du hin? So, damit ist das zu Ende, das Event und ja, erstmal herzlich willkommen zurück bei The Tribus. Samstagszeit, jaja. Gut, wo ich jetzt hier gerade aufnehme, ist es Samstagmorgen, nein, nein, ich will da nicht hin. Äh, das hasse ich, ne? Du kannst zwar okay drücken, brauchst du aber nicht, wenn du rausklickst, dann passiert trotzdem was. Ui, ahaha, die Finsternis und schreckliche Nachtsteppe vor, meine Freunde. An diesem Tag versammeln sich die Geister der sieben Inseln, um Süßigkeiten zu essen und Spaß zu haben. Ui, ist der Baron Freitag persönlich, ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Dürfen wir uns die hier anschließen? Na, 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 ab ins Boot, dann bringe ich euch zur grimmigen Ferne. Halloween-Insel, ja, ist ja bald Halloween. Ja, wollen wir aber jetzt nicht hin. So, jetzt aber. So, jetzt kam der Fischer. Ich hoffe es. Da, 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 da. So, ich hoffe, man hört es nicht so laut, den, 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 den Saugroboter hier gerade fahren. Den müsste ich nämlich fahren lassen. Ich bin gestern, gestern ganz böse mit meinen Arbeitsschuhen hier durch die, hier durchgestampft. Äh, da war die Fähne nicht so happy drüber. Verstehe ich gar nicht warum. Ähm. La, 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 la. Verstehe ich gar nicht warum. Ähm. Jo. Jo. Da, 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 da. Da. Ja genau, das ist der dreckige Arbeitsschuhe wollte ich auch. Tschuldigung. Oh, ich hab keinen mehr. Ich hab keinen mehr zum Arbeiten. Das ist natürlich doof. Das war's auch. Naja, gut. So, was haben wir denn hier? Ist fast voll, weil wir hier wieder Müll haben. Müll ohne Ende. Schuhe. Schuhe war auch kein Mensch. So, Insel der Antike. Da gehen wir jetzt aber auf jeden Fall hin. Wir haben gerade 8.25 Uhr morgens. Ich muss ganz leise sein. Dann schlafen sie noch. Nur ich bin aus dem Bett gefallen. Nur ich bin aus dem Bett gefallen. Ich weiß aber auch noch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich gestern recht viel geschlafen habe wegen Kopfschmerz. Boah, mir ist gestern doch Kopfschmerz. Der Schädel ist mal gestern fliegen gegangen. Das war echt heftig. Ich bin stolz, ich bin stolz. Wir können immer auf uns counten. Ich gebe dir einen auf die Food. Food, 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 food. Kann man hier alles mögliche anbauen? Oh. Landen da. So, mal in unserem Ruki-Saki gucken. Gut, 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 gut. Hui. Nee, nee, wir wollen jetzt nicht büsten. Habe ich nicht Futter hingeschickt? Mir war doch so, als ob. Maja. Ist immer vieler als ob. Muuu. 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 Tadadada. Tadada. Ram tata. Ouuu. Buuu. Uuuu. Muuu. Ich hab keinen Sand mehr hier. Das ist natürlich doof. Ohne Sand ist es doof. Ohne Sand werde ich krank. Lalalala. Damit kann ich nichts anfangen. Ich nicht. Ich hab keinen Stein mehr hier. Das ist aber... Zahnräder kann ich auch nichts mehr... Noch kann ich sogar mit anfangen. Und Schrauben, hello. Jetzt hab ich Klebeband. Super. Es ist echt zum Heulen. Die, 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 die. Lalalala. Hab ich jetzt? Ne, hab ich nicht. So, vielleicht soll ich mal eben hier so... Die sind... Die sind noch nicht still in der Rekuno. So, ich muss ja irgendwie ein bisschen Kohle machen hier. Neuigkeiten. Was für ein Volk-Käubling gestimmt. Okay, find ich jetzt nett. Aber egal. Die werden daraus Süßigkeiten. Das hab ich auch noch nicht verstanden. Oh, ich muss nicht alles verstehen. Äh, hallo? Hä? Ja, okay. Da sind wir ja schon dran. So. Dann fahren wir jetzt mit dem Schiff rüber. Spielen. Oh, das wird schon gruselig an. Die, 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 die. Ich finde das Dorf. Das ist irgendwo da oben. Okay. Dann sind wir bestimmt hier durch. Yo. Okay. Da. 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 Okay, Pilze. Okay. Okay. Komm mal nach. Ja, ja. Sind wir denn noch auf dem richtigen Weg? Na ja. Okay. Wir sind auch richtig. Da, da, da. Hier. Hier sind wir im Dorf der Scharre. Schau mal. Alle Kinder sind schon da. Bereit für Süßes. Oh, das Hauges. Aber es sind keine Motten, die zu deinem Licht geflogen sind. Hier ist ja ein gemein Schändchen. Fünf. Was passiert, Doktor? Der Kürbis ist weg. Billy Bonzo. Der Clown. Ein Saboteur. Der gute Witz. Die Hexe. Es ist eine schlaue Gegnerin. Okay. John Davis. Mach's gut, ihr Loser. Oh, die Kinder. Okay. 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 Wir müssen, wir müssen die... Finde die Clowns. Was ist, warte mal. Komm mal hier. Okay. 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 Schau mal, wer da kommt. Willkommen auf dem Bauernhof. Der Monster. Hier gehörst du hin. Na ja, geht. Dad. Arsch Gott. Ja, das war's dann für uns. Bist du nicht, Mann? So, wir müssen weiter. Wir müssen ja ein bisschen unsere Inseln weiter machen, ne? Hm, du weißt, du wirst nicht mehr da sein. Bei Crater Games zum Beispiel, da startet am Sonntag die Halloween-Party, also Halloween-Action. Wir wissen nicht, was damit zu tun. Wir wissen nicht, was damit zu tun. Aber wir müssen keine cottonastischen iPhone-Action. Wir müssen 20 Uhr mal wieder in den Fall machen, erst mal dann zu tun. Aber wir müssen jetzt nicht mehr dort debatten. Aber wir müssen noch gartern nach Hause, die haben also geschnitten. Da hast du nicht. Mach ihn nicht. Da hast du nicht. Der macht die Kugel. Er darf den Kugel. Unruh 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 Und Unruh Unruh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. so ein bisschen laden hier ein bisschen nachladen ja da muss einer arbeiten da muss einer arbeiten da muss einer arbeiten so ja da könnte man eigentlich mal naja so häusle aha ein sonnenhaus direkt wieder eins bauen zack fertig hat den fortschritt dann dass wir wieder ein zwei arbeiter mehr haben so zufrieden hat ja gut zufrieden hat mich hochkriegen da war jetzt nicht so viel aber wir haben inhalt zwei arbeiter mehr und die sind nie verkehrt mom mom ui ui gut das war's shit naja gut ist ja nicht so schlimm ähm dann gehen wir zum ne erstmal erstmal brauchen wir hier so alles wir haben auch nicht so viel sun ne so ja so viel haben wir davon auch nicht das ist mehr wie hier gerade ähm so läuft wie geschnitten rot haha kleiner wortwitz das war schon wieder bei zwanzig minuten das gibt's auch gar nicht das ist ja echt hervorragende arbeit vorwärts wir dürfen keinen minut verlieren ah guck mal haben wir eingenommen schütten dass ihr gekommen seid ich dachte schon dass dieser tiger würde mich aufressen was für ein tiger denn in diesem teil der insel gibt es keine und ob ich hab hier ein ehrenwort mit solchen zähnen doch der häuptling darf ein tapferes herz das häuptling wird mein freund finden ähm ok was muss ich denn da jetzt machen fälle palmen achso so fälle palmen achso die sind teure tiger äh Alter das sind aber sehr teure tiger so die sind Du musst später versuchen. Okay. 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 You need to try later. We do not know what to do with this. Oh, das gibt's doch nicht. Warte mal, haben wir hier irgendwo, ganz sicher, haben wir doch hier irgendwo. Oh Backe. Okay. Da. Hä? Warum hab ich hier nichts mehr? Da, da. Da. Okay. Da. Da. Könnte ich das Haus mal eben so abfackeln oder so, ey? Das gibt's doch nicht, dass ich nichts mehr zu fressen deswegen hab, ey. Yo. Yo. Ey, das ist doch, also... Schon noch nie erlebt, eh. Okay, Sand. Und... Ich brauch Ressalien, ey. Ich brauch Ressalien, ey. Ich brauch Ressalien, ey. Um, 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 um. Um, um, um. Und, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Echt, dann brauche ich jetzt echt, äh, Gib doch an hier. Ich muss mir jetzt echt die Dinger besorgen, ne? Oder was? So, Gott, hier ist Luft. Wir wissen nicht, was mit dem zu tun. Wir wissen nicht, was mit dem zu tun. Oh, wir wissen jetzt auch nicht, ne? Du musst später noch versuchen. Wir wissen nicht, was mit dem zu tun. Wir wissen nicht, was mit dem zu tun. Ja, zerstöre das Morlockhaus, ja. Okay, da bräuch ich aber irgendwie, äh, ne? Ich muss ihn nicht mehr. Ja, 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 ja. Erstmal alle Arbeiten schicken. Das ist, äh... Das macht hier mehr Sinn. Alle ans Arbeiten bekommen, das ist, äh, ne? Ein Teil meiner Aufgabe. Ähm, warte mal. So, zack. Ja, anders kann... Nö, anders bringt's ja nicht. So. Anders bringt's ja nix. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt, ne? Das ist mein... Ich kann hier eh nix machen, weil ich keine Kohle mehr... Ich rief-falst. So, können wir mal eben einmal direkt so, ne? Genau, ja, ja, genau. Machen wir direkt einfach alles weg wieder. Ah, okay. Ich könnte ausbauen. Mein Riff, all into Shreds, all out of my path. Merlot, brink. Merlot, smash. Wir müssen ja alle ein bisschen was verdienen, ne? Zack. 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 So, alle am Arbeiten. So muss das sein. Ja, die fünf Millionen fehlen mir noch und ich glaube, die fehlen mir noch mal länger, ey. So weiter geht, ey. Die werden mir wohl in diesem Notball länger fehlen, ey. Was ist das denn hier? Okay. Greetings. Also, die wir nun mal nicht wissen. Okay. We do not know what to do with this. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ja 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 beim 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 Ba-dum-dum-dum-dum-dum Ich habe ihn mit ihm geholfen. und kürt du bist du das kann man zum sei ich bei Koffer Papa Papa, Papa Papa a Anita g 2 um a Anfrage Porn Porn Ma-pa-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa ... Ma-pa-ra-ra-pa-ra... Ja, okay, haben wir nicht mehr. Schade aber auch. Achso. Es gibt keine Geschenke. Gut, heute gibt es keine Geschenke. Da hat er andere Lagen herunter. Ja, gut. Eine ganze Anlage, ey. Eine Musikanlage, oder was? Ja, 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 ja. Es war ein Versiehen. Du, du, du. Pam, 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 pam. Da sind wir schon bei 35 Minuten. Das gibt es ja eigentlich. Was ist denn das hier? Sieht denn hier so aus? Hat er hier gebrennen, oder was? Dü, 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 dü. Das ist mir echt schwer für meinen ganzen Quest. Oh. Ja, das wird echt schwer. Naja, irgendwie kriege ich das schon hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Und dann, ne? Und wenn es noch mal 10 Jahre dauert. Nein. Nein. Ich glaube nicht. So, gut, Freunde. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, Happy Halloween. Aber ich glaube, eigentlich sehen wir uns noch. Wir lesen uns eigentlich noch vorher. Gut. Und morgen startet bei Creator Games für Monsters Game Night Fight, für My Funny Garden, für Slayer of Souls, etc. Die Premium-Aktion, beziehungsweise die Coins-Aktion. Schaut mal vorbei. Da gibt es einiges. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Und ja, ciao mit V. Tschüss. Tschüss. Tschüss.